Hallo und herzlich willkommen bei VITAL4LIVE und im heutigen Video möchte ich euch etwas erzählen, wie ich durch den Dezember komme und dazu habe ich drei Tipps und zum Schluss noch ein paar kleine Impressionen für euch und los geht's mit Tipp Nummer eins. Tipp Nummer eins macht euch euer Zuhause etwas schön, stellt Kerzen auf, vielleicht eine Duftlampe und schmückt doch einfach mal für euch selbst, mit den Kindern, mit Familie. Tipp Nummer zwei einfach mal rausgehen, etwas Bewegung, frische Luft, vielleicht nicht wenn es dunkel ist, wenn es zu kalt ist, geht einfach mal ins Schwimmbad. Mein Tipp Nummer drei, da muss ich jetzt nochmal auf den Zettel gucken, schon vergessen, Aktivitäten, ja auch zu Hause einfach mal Plätzchen backen, einfach mal mit den Kindern Geschichten lesen und jetzt geht's auch schon weiter mit den Impressionen. Ich hoffe euer Video, ich hoffe mein Video hat euch gefallen, dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit den Impressionen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. so bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik